Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video auf PiersMitTV. Hallo. Heute mit Bram, Jay und mir und wir ziehen uns heute rein, die Best Back-to-School-Fails. Man könnte meinen, das ist aus unserem wunderbaren Format, was wir gestreamt haben und dann das Fernsehen auch kopiert hat. Ich habe jetzt kurz drauf noch ein Format, was das Fernsehen auch kopiert, also nochmal uns kopiert, kopiert hat, wa? Ja, man muss sagen, kopiert, kopiert, die haben das vor ein paar Jahren schon mal gemacht. Es gibt nämlich jetzt, nenne die vier Kaktusse, ja, oder die deutsche Sprache, zurück in die Schule heißt das jetzt, auf Sat.1. Ja, irgendwie das mit dem hier, genau, das haben die irgendwann schon mal gemacht. Einfach Frechheit. Aber da wissen wir gar nichts von. Mal gucken, was die Fellarme dazu zu sagen hat. Oh mein Gott. Boah, so ein Korken in die Fresse kann aber auch weh tun. Naja, scheint wohl nicht so weh getan zu haben. So was ist immer. Digger. Digger. Hat vielleicht schon mal irgendjemand so eine Flasche so aufgemacht? Nein. Ja, einmal eine Bierflasche mit dem ganz klassischen Trick mit diesem Und dann, also kennst du es nicht mit dem Messer, du nimmst ein Buttermesser und dann machst du den, den, wie heißt er hier? Phil Collins. Genau, Phil Collins machst du auf der Flasche. Mit dem Drum-Solo. Genau, mit dem Drum-Solo. Und das Bam ist, wenn du oben den Korken wegziehst. Und wenn du das vernünftig machst, dann haust du einfach... Genau. Und dann haust du oben den Korken weg. Und wenn du das dumm machst, so wie ich, dann haust du den Flaschenhals weg. Ich wollte gerade sagen, also so einen Kronkorken finde ich, glaube ich, schwieriger als, als das von dem Sekt, oder? Ja, das weiß ich. Also ich habe das halt mit einer Bierflasche gemacht. Ja, okay. Und dann habe ich mir danach, und dann habe ich danach weggeschmissen und habe wieder eine Flaschenöffnung. Die bürgerliche Variante. Die schwierigste Sportart der Welt. Oh mein Gott. Ja, das ist mir schon mal passiert. Och, der Arme. Hä? Aber plattgelaufen worden. Aber warum sind die einfach gerade? Warum gucken wir sowas? Loll. Was ist ein Arschloch? Was ist ein Arschloch? Okay. Nein, das ist schon weh. Oh, 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 oh. Oh, voll auf die Nüsse. Riecht der? Loll. Hä? Nee, das war, der ist davor über die Kamera. Ja, ja. Das war lustig. Oh mein Gott. Jawohl. Niemals aufgehend. Alter. Junge. Also, was ist bei manchen Leuten falsch? Habe ich eine andere Schule gehabt? Ja. Also, ich bin, ich, also, ich habe, weißt du, meinen allerersten Klassenbeintrag habe ich bekommen, weil ich mich zwischen, also, weißt du, so zwischen die Stuhllehne und den Stuhl bin ich dann hängen geblieben, weil ich mich auf den Stuhl stellen wollte im Unterricht. Aber das hat dann weh getan und habe ich das nie wieder gemacht. Ich hatte immer Angst, mich auf Stühle zu stellen, weil wenn die umkippen, sind die hart. Lernen durch Schmerz. Genau. Und genau das haben die Leute hier auch erfahren. Ich hoffe, die haben daraus gelernt. Oh mein Gott. Da ist sowas auch. Da springe ich auch nicht mehr drüber. Das wir auch lernen durch Schmerz. Hey. Oh mein Gott. Ich würde sagen, der ist hart besoffen. Ich glaube, der schläft immer noch nett. Oh Gott. Aua. Aua. Ja, Aua. Warum? What the fuck? Was? Guck uns hier. Das sieht aber anders aus. Mein Gott. Geil. Gegen deinen Chemie-Professor oder so. Alter, ist der auch hartvoll. Lol, wie geil ist das denn? Das war ein nicer Move. Oh Gott. Alter. Oh Gott. Fast. Alter. Junge. Ist nicht der ein scheiß Ernst? Alter, die sind... Aua. Oh. Der beißt doch... Nein. Irgendwie jetzt ins Ohr. Quatsch. Okay, vielleicht auch nicht. Wollte deine Nuss verbuddeln? Wieso? Oh Gott. Ja, wenn man jung ist, kann man da doch alles noch ab. Oh Gott. Nicht mit Speed. Alter. Okay. Ja, okay. Ey, guck dir diese Swamp-Monster an. Hey. Speed. Oh mein Gott, geil. Wie das auch mal stinkt. Sehr gut. Mach das. Stell dir vor, 15 Meter weiter vorne wird tot. Oh Gott. Ach stimmt. Wie ist denn gerade... Hat jemand ein bisschen höher nach... Hallo. Hehehe. Ja, das ist lustig. Sam! Oh, okay. Du darfst... Oh, der Gast. Er hat nach unten geguckt und alle rasten aus. Aua. Warum denn? Warum stellt man sich auf Tisch und macht so einen Quatsch? TikTok. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Alter, ich sag es dir, da kann dir nochmal schön das Bein wegbrechen und alles, ne? Also... Da, das Steißbein. In die Ding rein. Ja, boah, reingetwört. In... Ach, aber wegrennen jetzt. Alter. Oh Gott. Okay, ich wusste nicht, auf wen ich achten muss. Warte mal, ey. Der Flieger auf die Schnauze. Okay, wir müssen nach links gucken. Ob. Aua. Da, ja. Oh Gott. Oh Gott. Alter, das ist auch richtig gemein, ey. Aua. Ja, schade. Ich habe den Blut. Dafür kommt jetzt die Feuerwehr. Aua. Das hat gerade passiert. Was man halt so macht in so einer Schulbibliothek oder was auch. Alter. Oh, da wird gleich jemand wegrennen. Boah, Alter. Boah, der hatte aber auch Schmackes, ey. Ich habe gedacht, der macht das Board kaputt. Ja, gut. Hehehe. Jungen, war... Alter. Alter, es ist halt echt... Es sind halt wirklich echt... Ja, okay. Das geht ja noch. Junge, Alter. Wie frech. Wie frech. Jetzt macht er das immer und immer wieder. Weil du da nicht gesagt hast, so geht das nicht. Oh. Boah, Alter. Wenn du da so mit Schmackes gegen spielst. Ist aber auch nett, dass das halt einfach komplett keinen Widerstand gibt. Boah, Alter. Oh, scheiße, Alter. Er ist lustig. Oh, nice. Aua, Alter. Ist da einfach dann gut. Holy shit. Wie geil ist das denn? Wir hatten Bücherverbrennung am Rhein. Holy shit. Okay. What? Ich finde das denn nice. Aua. Oh, das war erwartet bei einem Auto. Das arme Auto. Oh, das haben wir, glaube ich, schon mal gesehen. Oh, shit. Jetzt? Oh, shit. Boah, Alter. Junge, das sind so viele Michael Schumachers im Video. Einfach rum? Warum slappt der den einfach? Können wir kurz bitte darauf aufmerksam machen, dass er, es scheint so, dass der Typ größer ist als die Tür. Oder fast. Also der ist sehr groß. Dem würde ich keiner holen. Oh, mein Gott. Du hast mich ******. Von Schuhe da weggelegt. Warum ist das geblurrt, aber das an der Wand nicht? Was ist denn da für eine Schule? Martin? Genau aus wie ein Cäsar. Oder sehr besoffen? Was ist denn da los, Alter? Ich glaube, das Pferd will nicht so wie er. Würde ich auch sagen. Oh, schade. Hä? 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 Let's go. Das war ein Eigenkorb. Ernsthaft? Ja, vorher hat doch der Weiße, also der mit dem weißen Trikot draufgeworfen. Okay, nice, da habe ich gleich drauf geachtet. Mann, es gibt Eigenkörbe beim Basketball? Klar. Ja. Also ja, so aus Versehen, aber so? Ich meine, das war ja schon absichtlich. Alter. Warte mal. Wo war der denn jetzt? Da. Da, der Weiße wirft den Dreier. Nicht getroffen. Rot kommt und tschüss. Junge, Alter. Wenn dir langweilig ist auf dem College, ne? Ich glaube, wenn du einfach geile Ideen hast. Aber stell dir mal vor, weißt du, wir wären zusammen auf dem College gewesen. Oder ihr zumindest. Ihr wart ja auch zusammen in der Schule. Also ihr werdet zusammen in so einem Heim da gewesen. Das wäre doch genauso gelaufen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das passiert wäre. Ich glaube auch, dass wir früher genau die gleiche Scheiße gemacht haben. Nur hat halt nicht jeder ein Handy gehabt, um das aufzunehmen. Das glaube ich halt auch. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt einfach. Aua. Das ist gut so. Kleber in so einer Maske ist natürlich auch eine gute Idee. Junge, Alter. Alter. Geil. Chemie war bestes Fach. Okay. War das nicht der Sprinkler? Warum? Ich wollte gerade sagen, das ist ja der Wassersprinkler. Alter, warum? Wenn ich drei Ecken auf dem Kopf schraue, wird er 30 Dollar bekommen. Wir schrauben unsere Hand. Okay, hier geht's. Ja. Oh. Jetzt macht er zwei. Und jetzt geht er weg. Der dritte one we're going to put back in the fridge. Das ist ja jetzt nicht so smart gewesen. Aber das haben wir auch gemacht. Wisst ihr das noch? Russisches Eierroulette haben wir bei Jay in Renesse gespielt. Ja. Boah. Hat den fändelt, Alter. Hä? The fuck? What the fuck? Warum? Kennt ihr den einen Dude, der auch bei so einem College-Ding da war und dann aber als Master Chief die Urkunde entgegengenommen hat? Nein, kenn ich nicht. Das fand ich auch geil. Und dann salutiert er danach einfach und geht weiter. Das fand ich auch richtig cool, ey. Äh... Oh. Na gut. Hm. Das sieht nicht gesund aus für die Schule. Meinst du? Ja. Muss mal richtig durchgekärchert werden, da der Dreck. Alter Schwede, ey. Ja, da waren ein paar lustige Sachen bei. Da waren auch schmerzhafte Sachen bei. Oh ja. Ja, vielleicht habt ihr das gleich hier in der Schule gemacht, ne? Ähm... Lasst uns das wissen. Lass es uns wissen. Bis morgen. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.